Man kann sich an einem gefühlte Stunden handeln, bis die Kleine da wieder rausrennt. Oh Link, bitte. Facketschwert weg. Bezogen sich die 2 Minuten jetzt auf die Insel, auf die irdische Zeit oder auf die des Spiels? Ach, wann kommt sie denn da wieder raus? Sie geht immer zum Brunnen, also muss sie ja da lang. Hm. Ach, wo bleibt sie denn, Mann? Da ist er. So. Geht die denn lang? Hoffentlich geht die jetzt nicht noch rund ums Haus. Hm. Das ist so. 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 Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Diese Mumie sieht anders aus als jede von denen vor dem Haus. Irgendwie scheint ihr Herz noch immer menschlich zu sein. Äh, ja? Also tu etwas, bist du denn wirklich völlig ratlos? Nicht wirklich. Äh. Nee. So. Na komm. Beim ersten Mal habe ich mich tierisch erschrocken, als ich das Spiel gespielt habe, ganz ehrlich. Vater? Vater. Ja. Pamela? Na, okay. Was habe ich die ganze Zeit über gemacht? Du hast gar nichts gemacht. Du hast einen bösen Traum gehabt. Nur einen kleinen bösen Traum. Das kann so schön sein. Und wir nehmen die Maske. Yeah. Häh, naja. Okay. Gibt das Maske. Okay. Okay. Jetzt lass sie endlich in Ruhe. Verstehst du denn gar nichts? Du bist dermaßen unsensibel. Wer ist hier unsensibel, du beschissene Fee, ja? Ja, ist ja gut. Ist hier noch irgendwo was? Nicht wirklich. Kletter mal mal nur rund um Fischen rum. Macht man ja, wenn man irgendwo zu Besuch ist. So, ähm. Wir haben die Maske. Ja, wir haben die Maske. Dann kümmere ich mich wohl doch mal drum, dass wir noch, ähm... Ah, wie heißt das? Na? Oho! Verpinke dich! Ist wie... So... Wir haben keine Dekostäbe und keine Nüsse. Ich weiß, dass wir so ein Kram da unten gebraucht haben. Äh... Giovanni-Moo! Klopp. Okay. Im Übrigen, wenn wir hier lang schwimmen, also dem Wasserfall entlang schwimmen, also hier jetzt in die andere Richtung, in die ich jetzt schwimme, äh, dann kommen wir zu den Sümpfen des Vergessens. Ja, geil, was? Hör aus mich weg hier. So. Es geht mir alles zu langsam. Mit der Maske geht das eigentlich schneller, ey. Bäh! Nur am Gähnen hier. Nur am Rumgehen. Du, 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 du. Ja, ich möchte was kaufen. Ich nehme für 100 Rubine einen blauen Trank. Ja. Juhu, juhu, juhu. Okay. Nein, nicht Idiot! Äh. Äh. Scheiße, verdammter. Ich glaube, ich muss da lang. Nee. Ich muss da lang. Oh, kacke. Aber als Zora geht das schneller. Dann halt da. Juhu. Juhu. Ja, hier bin ich richtig. So ziemlich. Und ich renne. Ja, ist gut. So. Geht schneller, als wenn ich mich da jetzt wieder hochhangeln würde. Ehrlich, das würde eine halbe Ewigkeit dauern. Eine gefühlte halbe Ewigkeit. Okay. So, jetzt kann ich in den Brunnen. Ich kann in den Brunnen. Ich kann in den Brunnen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich kann in den Brunnen. Ich kann in den Brunnen. Da-da-da-da-da-da-da-da. Huii. Höt. Nio. Noch eine höher. Lass mich in Ruhe. Oh, ich Idiot. Das tut weh. Na gut, okay. Ach so. Ich brauche Giptaus Maske. Ich weiß, hier brauchte ich irgendwo das Elixier. Deswegen. So, mit dem Ding können wir mit den Mumien sprechen. Hin fort, hin fort. Ja. Gib mir etwas Blaues. Etwas, das mich gesund macht. Wenn du es nicht hast, bist du von diesem... Kein Nutzen. Hin fort. Das ist okay. Ich will erst mal gucken, was der andere da... Also, ich glaube, ich muss ganz oben in das Runde. Hin fort, hin fort. Gib mir etwas Köstliches zu kauen. Etwas, das wächst, wenn man es gießt. Oh, okay. Ne, ich muss das blaue Elixier nehmen. Oh, ernsthaft, Leute. Hier gibt es garantiert irgendwo noch ein Herzteil. Ja, 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 ja. Gib mir etwas Blaues. Deswegen habe ich das gekauft. Ah, genau. Wunderbar. Lass mich da durch. Harm. Ah, da war ein Fisch. Also, nehme ich den... Ich nehme den einfach mal mit. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Alter, was willst du denn? Hinfort. Gib mir H2O. Ich hab jetzt nur einen Fisch bei. Hinfort, hinfort. Gib mir etwas köstlich Frisches. Wie sieht es mit dem Fisch aus? Ah, okay. Gut, dann gehen wir erstmal da lang. Wasser finde ich garantiert noch woanders. WTF, was haben wir denn da? So. So, Quellwasser. Aber zusätzlich hab ich noch einen Fischli. Ach, wer weiß, wofür wir was brauchen. Okay. Oh. Ich würde behaupten, ich muss den so kaputt machen. Ah, hat keinen Sinn. Ro, Ro, wirst du mich nicht durch die Gegend schneidern. Hallo, Alter, lass mich runter. Wechser. Was, ein miserabler Wechser? Äh, Zoras-Maske. Das ist heißes Quellwasser. Scheiße. Scheiße. Jetzt aber. Geht doch. Heißes Quellwasser. Okay. Es wird einen Grund haben, warum es das hier gibt. Dann lass mal den Fisch frei. Okay. 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 Ja. Heißes Wasser. So. Maske wieder auf und zurück. Aber das heiße Quellwasser muss ich ihm nicht geben. Also packe ich das erstmal weg und nehme das. Hinten fort. Gib mir H2O. Da. Ah, okay. Ja, wunderbar. Dann lass mich jetzt weiter. Ich würde sagen, das Quellwasser brauchen wir. Oh, scheiße. Ey, du Mistfieber. Pinkel dich. Hinten fort, hinten fort. Gib mir etwas kleines Krabbeliges. Habe ich nicht. Noch nicht. Dann will der das Quellwasser haben, würde ich mal stark behaupten. Hinten fort und fort. Gib mir etwas kleines Krabbeliges. Lass mich doch in Ruhe, ey. Habe ich nicht. Okay, das Quellwasser muss ich wahrscheinlich dann nochmal holen. Höh. Jawohl. Okay. Okay. Scheiße, Quellwasser ist furcht. Okay. Na gut. Wo gehe ich jetzt lang? Am besten oben. Da sieht es groß aus. Ich will was Krabbeliges. Da hast du dein Krabbeliges Zeug. Okay. So. Jetzt lass mich da durch. Egal was dahinter auf mich wartet, ich werde es überleben. Ich habe eine Fee. Fühlt ihr euch auch so verarscht wie ich? Egal was dahinter kommt, ich werde es überleben. Ich habe eine Fee. Toll. Ich mag daran liegen, dass es fehlen sind. Ey, Mann. Mistfücher. Kleine Wichser. Oh. Na los. Ich hasse diese Hände. Ich hasse sie wirklich. Ich habe sie. Blöde Missteile. Ehrlich. Die sind so zum Kotzen. So. Der wollte auch etwas kleines Krabbeliges. Da hast du etwas kleines Krabbeliges. Ha 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 ha. Hallo, Mädels. Ja, okay. Feuer mit Feuer bekämpfen. Hier ist eine Kiste. Ich kann die garantiert auch aufmachen. Da. Öffnen. Ha ha. Ja, toll. Lass mich raten, ich hätte doch den anderen Gang nehmen müssen. Oh, wo kriege ich denn jetzt Wundererbsen her? Was ist das denn für eine Kacke? Oh. Wo kriege ich denn jetzt Wundererbsen her? Geh hoch. Ja, ich bleib auch noch eiskalt stehen. Ich weiß. Oh Gott, wo kriege ich denn jetzt Wundererbsen her? Ey, darf ich jetzt wirklich erst nach Wundererbsen kaufen gehen? Ja, darf ich. Ach, aber vorher einen kleinen Cut. Moment. 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 Vielen Dank.